Sehr geehrte Damen und Herren, werte Bevölkerung, heute ist es endlich soweit. Ich darf Sie im Namen der Marktmusikkapelle St. Michael heute am ersten Adventssonntag sehr herzlich begrüßen. Heute zu einem Konzert der etwas anderen Art. Wie Sie wissen, können und dürfen wir leider kein Live-Konzert für Sie heute spielen. Aber wir haben für Sie einen Live-Mitschnitt aus dem Jahr 2019 vorbereitet. Ich möchte Ihnen hiermit eine schöne Stunde, eine schöne Zeit wünschen mit den Klängen des Blechbläserensembles, der Bauernkapelle St. Michael unter der Leitung von Rudi Strauß und der Marktmusikkapelle St. Michael unter der Leitung von Kapellmeister Martin Ranninger. Ich darf Ihnen im Namen der Marktmusikkapelle und in meinem Namen schon jetzt eine schöne und hoffentlich besinnliche Adventszeit wünschen. Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und ein gesundes und hoffentlich tolles Jahr 2021. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und jetzt viel Spaß mit dem Konzert aus dem Jahr 2019. Ich freue mich auf ein paar Minuten. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018